Spurenleser 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 Guten Morgen, liebe Spurenleser! Ich möchte euch auch heute wieder begrüssen aus meinem Aufnahmestudio zuhause. Schön, dass ihr mich auf diese Art sehen könnt. Es freut mich, dass wir so indirekt auch in Kontakt bleiben können. Leider kann ich euch nicht sehen. Ich hoffe aber, dass das doch schon bald wieder möglich sein wird. Heute erzähle ich euch eine Geschichte vom Willi Weschbär. Es ist nicht eine Geschichte aus der Bibel, sondern in dieser Geschichte kommt ein Läu vor, ein Weschbär vor, ein Fledermaus und andere Tiere. Aber ihr werdet sicher merken, dass diese Tiere, die ihr hier seht, gewisse Zusammenhänge haben mit uns Menschen auf dieser Erde. Vielleicht findet ihr ja sogar heraus, wer stellt wer dar. Das wäre eigentlich ein bisschen das Ziel. Probiert das herauszufinden. Ja, und ich hoffe natürlich auch, dass ihr jetzt eine gute erste Woche habt gehabt. Jetzt hat ja die Schule wieder angefangen und das ist sicher auch eine Umstellung für euch. Ich hoffe, dass sie gut gegangen sind und ich hoffe, dass ihr auch gesund seid. Aber jetzt zu dieser Geschichte von Willi Weschbär. Willi Weschbär und der Wettlauf heisst sie. Kennen die rechte Geschichte schon? Ich wäre froh um eine Rückmeldung. In dieser Geschichte seht ihr, wie Willi durch verschiedene Herausforderungen im Leben gegangen ist. Aber dazu mehr später. Fühlen wir doch gleich am Anfang der Geschichte an. Sals, hopp, brumm. Willi Weschbär hat seine neue Laufschuhe ausprobiert. Er hat geübt für einen Wettlauf zum Berg vom Sieg am nächsten Tag. Ich werde sicher gewinnen, hat Willi geüchtert und ist im Kreis um König Leo herumgerinnt. Aber vergiss nicht, auf dem Weg zu bleiben. Es kann nämlich sehr verführerisch sein und heimgedrückisch auf diesem Weg. Willi hat gesagt, mach dir keine Sorgen um mich. Ich weiss schon, wie man so einen Wettlauf gewinnt. Und ist weitergelaufen. Boim! Wie kommt denn bloß der Baum da her? Du bist vom Weg abgekommen, Willi, hat der König Leo geantwortet und hat Willi wieder aufgeholfen. Man kann sehr leicht vom Weg abkommen. Aber wenn dir das passiert, dann gehe einfach schnell wieder zurück auf den richtigen Weg und macht das Rennen weiter. Der Rat hat der König Leo dem Willi gegeben und hat ihn heimgeführt. Am nächsten Morgen hat eine grosse Aufregung herrscht. Alle Wettläufer haben sich versammelt an der Startlinie. Sie haben sich für das grosse Rennen aufgewärmt. Da plötzlich hat oben im Baum jemand geflüstert. Eine rätselhafte Gestalt war das. Möchtest du dir nicht echte Landkarten kaufen? Sie zeigt dir nämlich Abkürzungen auf dem Weg zum Berg vom Sieg. Äh, warum brauche ich dir auch diese? Hat der Willi misstrauisch gefragt. Falls du vielleicht solltest den Anschluss an die anderen verlieren. Auf dieser Landkarte findest du dir ganz einfach den kürzeste oder schnellste Weg zum Gipfel. Schon ist die Landkarte von oben runter genau in Willi seine Hand geflogen. Ich bin sicher, dass ich die nicht brauchen werde, hat der Willi gemeint. Aber trotzdem hat er sie in seine Tasche gesteckt und mitgenommen. In diesem Augenblick hat der König Leo den Wettlauf eröffnet. Der Wettlauf hat jetzt angefangen. Geht auf eure Plätze. Ihr startet bei Sonnenaufgang. Und beim Sonnenuntergang müsst ihr den Gipfel vom Berg erreicht haben. Und folgt immer diesen rot-weissen Fahnen da. Und es ist wichtig, dass ihr das Rennen bis zum Ende durchhalten. Jeder, der auf dem Weg bleibt und nicht aufgeht, wird gewinnen. Viel Glück! Wir sehen uns dann auf dem Gipfel vom Berg wieder, hat der König Leo angerufen. Und ist sofort vorausgerannt den Berg hoch. Am Ziel wird die Erde alle in Empfang nehmen. Jetzt haben alle Tiere gespannt auf den Anfang des Rennens gewartet. Plötzlich kam der erste Sonnenstrahl durch die Bäume durch. und der Wettlauf hat angefangen. Sofort ist Willi an die Spitze gegangen. Das läuft ja prima, hat sich Willi gefreut. Sie sind über eine Brücke gerannt und sind an Feldern und an Obstgärten vorbei gelaufen. Bis zum Honigstand auf dem Pinki seiner Honigfarm. Der Willi hat jetzt hier sein Tempo verlangsamt. Er hat nämlich den süssen Duft geschmückt von den warmen Güezi, die es dort gegeben hat. Und die haben ganz fein nach Honig geschmückt, die Güezi. Der Willi hat einfach nicht widerstehen können. Es wird doch sicher nichts ausmachen, wenn immer hier eine kleine Kostprobe genehmigte, hat der Willi sich gedacht. Und schon ist er da gehockt. Nach vier Teuer voll mit Güezi und Honig hat sich der Willi schliesslich verabschiedet. Danke Pinki! Jetzt muss ich wirklich weiterlaufen und die anderen einholen. Aber jetzt, mit so vollem Bauch ist es ihm gar nicht mehr so einfach gefallen zu rennen. Er war einfach nicht mehr so schnell wie vorher und hat fast nicht mehr den anderen nachgekommen. Und sieht man ganz unten auf dem Bild sieht man noch eine Schnecke, die gleich schnell ist wie der Willi. Erst am Nachmittag hat der Willi einen Raumplatz erreicht. Er war ganz fest fasziniert von diesem verlassenen Raumplatz. Es ist ihm schwer gefallen, sich nicht vom Weg abzubringen. wo er aber plötzlich der Willi sein Bild in einem verrückten Haus mit Spiegeln gesehen hat, da hat er beschlossen, er müsse doch nur schnell durchgehen und schauen, was es da zu sehen gibt in diesem Haus. Er war ganz begeistert davon, wie ein Spiegel aus ihm einen ganz grossen und starken Mann gemacht hat. Und in einem anderen Spiegel da hat er ausgesehen wie ein Basketballspieler mit ganz langen Beinen. Aber als er versucht hat, den Ausgang zu finden, da ist er immer wieder gegen einen Spiegel gestossen, ganz egal, in welche Richtung er sich betrachtet hat. Plötzlich hat er in den Augenwinkeln etwas Rotes erblickt. Und dem ist er nachher entgegengerannt. Seht ihr die Fahne im Hintergrund? Ja, das war eine Fahne vom König Leo. Jetzt war der Willi endlich wieder auf dem richtigen Weg. Der Willi ist an brausenden und tosenden Wasserbäu vorbei gerennt. Die Sonne war schon am untergehen, aber es war immer noch ein weiter Weg bis zum Berg vom Sieg. Der Willi ist jetzt zu den tiefen Wäldern gekommen. An der Weggabelung hat er doch jetzt die Landkarte rausgeholt, die er vorher von der Fledermaus bekommen hat. Hier muss doch eine Abkürzung sein, hat der Willi gedacht. Der Willi hat noch einen Moment gezögert. Er hat sich nämlich an die Worte von dem König Leo erinnert, der sagte, bleib immer auf dem richtigen Weg. Aber wenn ich jetzt auf dem Weg mit der Fahne bleibe, dann komme ich ganz sicher nicht rechtzeitig an, hat der Willi gedacht. Darum nehme ich doch die Abkürzung. Und das hat er dann auch gemacht. Und jetzt wollen wir schauen, was dabei rausgekommen ist. Der Willi ist über einen stotzigen Felsen gelaufen auf eine alte Hängebrücke zu. Oh je! Unter seinem Gewicht ist die Brücke gerade eingestürzt und das Seil ist gerissen und alle Bretter sind abgestürzt. Der Willi war erschöpft und niedergeschlagen. Wäre ich doch nur auf dem richtigen Weg geblieben, so wie es der König Leo mir gezeigt hat. Ich gebe auf, hat er gesäufzt. In diesem Moment kommt der König Leo zu ihm und sagt, gib nicht auf, geh einfach zurück auf den richtigen Weg. Der Willi ist erklopft. Wie ist denn der König Leo jetzt plötzlich so schnell bei ihm? Der König Leo hat gesagt, du kannst immer noch gewinnen, wenn du jetzt keine Zeit verlierst. Die Worte von Leo haben der Willi sehr ermutigt. Mit dem König Leo an seiner Seite und mit der ganzen Energie, die er noch aufbringen konnte, ist der Willi jetzt wieder auf den richtigen Weg zurückgekehrt. Er ist der stotzigen Berg durchgekriegt. Und mit letzter Kraft ist der Willi über die Ziellinie und in diesem Augenblick ist auch der letzte Sonnenstrahl hinter den Bergen verschwunden. Der Willi war jetzt auf dem Berg vom Sieg. Danach hat der König Leo alle Gewinner zur Preisverleihung in der Halle vom Sieg eingeladen. Dort hat er jedem von ihnen ein Trophäen überreicht. Und der Willi war überglücklich, als er seine Trophäen entgegennehmen vom König Leo. Ja, das war die Geschichte vom Willi Westbär und vom Wettlauf. Und jetzt möchte ich natürlich gerne von euch Kinder wissen, wer ist denn der Willi Westbär, den wir davon gehört haben? Was hat der mit uns zu tun? Und der König Leo? Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Und erinnert euch das vielleicht an eine Geschichte aus der Bibel? Oder an eine Figur aus der Bibel? Ja, und dann, wer ist denn auch die Fledermaus, die man da noch gesehen hat? Und der ganze Wettlauf, um was geht es denn da? Und schliesslich, was ist denn der Berg vom Sieg eigentlich genau? Und die Trophäen, die es da gibt am Schluss? Um was geht es da? Wisst ihr das vielleicht, Kinder? Und wenn ihr es nicht wisst, könnt ihr vielleicht auch eure Eltern fragen, ob sie euch einen Tipp geben können, wie das mit uns und mit der Bibel zusammenhängt. Ich wäre übrigens auch froh um eine Rückmeldung, ob ihr die Geschichte schon gekannt habt, ob ich euch da nur Sachen erzähle, die ihr schon lange kennt. Und nächste Woche würde ich gerne wieder mit einer Geschichte von Willi Westbär kommen, aber das mal eine andere. Und in der nächsten Woche kommen wir dann auch eine Bastelarbeit rüber, die Beatrice vorbereitet. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle, an Beatrice. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur euch eine gute Zeit wünschen und bleibt gesund und bis nächsten Sonntag. Und bis nächsten Sonntag.